So, also, Tattletail. Keine Ahnung, was es genau ist, worum es da genau geht. Ich gehe mal in die Options. Game running slowly reduces resolution. Okay, also erstmal ist die Auffüllung, irgendwas ist mit dem Bild kaputt. Egal, wir machen ein New Game. So. Aber, ich habe natürlich auch gar keine Ahnung, worum es hier jetzt geht bei Tattletail. Die Leute haben mich in letzter Zeit auch vollgelabert mit Garten auf Bannbann. Da kannst du übrigens mal fragen, Jailer, wegen Garten auf Bannbann, 4 hier, ne? Da könnten wir auch mal. Äh, so. Es geht einfach direkt los. Ich muss aber, äh, hallo? Warum ist mein Mauscursor da? Open your Christmas present early. Äh, it's a trap. Dankeschön für den, für den Sub. Wieso ist mein Cursor hier? Mein Mauszeiger? Das nervt ja übelst. Ich habe einmal auf Escape gedrückt. Hä? Continue. Ich will das nur mal eben fixen. Jetzt. Okay. Also, vier Tage vor Weihnachten, 98. Ich bin gerade acht Jahre alt. Okay. Open your present early. Ich bin ein kleines Kackkind. Das ist schon mal klar. Hallo? Hold shift to run. Carefully makes, äh, it makes noise. Oh, da ist der, kann ich hier Licht anmachen? Nee. Hast du, da ist bestimmt dieses Stoff hier drin und das verfolgt mich dann und will mich fressen oder so, ne? Fetten? Huh? Wo ist denn mein Present? Hallo? Hallo? Was ist denn mein Christmispresent? Verstehe ich nicht. Ich renne jetzt zurück. Oh, hier ist auch Licht an. Watch the yellow icon on the top right. See when you are making noise. Ja. Aha. Ja, aber sehr. Ah, da ist mein Geschenk. Ah ja. Ah, da ist ein Tattletail drin. Geil. Open Tattletailbox. Grab Tattletail. We love Playtime with you. Okay. Grab some food from, äh, the upstairs fridge. Alter, die Augen. Ja. Ja, ja, wir gehen jetzt fieden. Wir fieden jetzt. Ja, ja. Give me a treat. Verrück dich mal. Give me a treat. Du sollst dich verruhigen. Give me a treat. Give me a treat. Give me a treat. Brushable hair use the brush in the living room to clean Tattletail. Is das hier der living room? Wo ist denn hier eine Brush? Ah, da ist eine Brush. Wie mache ich das? Welche Taste? So süß, ja, voll süß. Was meinst du jetzt hier? Rap Tattletail Backup. Wie ist das denn? Was muss ich machen? Wrap Up? Äh, wieder einpacken. Ach so. Wie sieht es hier das Licht aus? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ach, bitte hör auf zu reden. Close your present. Achso, weil ich darf das ja noch gar nicht haben. Go to bed. Hä? Hä? Wo geht's denn hoch? Boah, die Mucke ist stresst. Die Mucke ist stresst. Ich sehe halt so wenig. Don't answer the phone. Natürlich. Ich habe nichts gemacht. Ab ins Bett. Ja, waren geile Spiele. Schallt auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich sehe schon Potenzial, dass mir das richtig auf den Sack geht, das Spiel. Investigate the clunking noise. Jetzt ist das Licht wenigstens hier wieder an. Aber jetzt, ich sehe nichts. Also hier sind die Presence. Aber ich glaube, das ist eher oben, oder? Ich glaube, das ist eher oben. Das ist nicht die Mucke. Das ist ein bisschen anstrengend, weil ich nicht so eine Taschenlampe habe oder so. Aber es ist gefühlt schon unten, oder? Wir sind unten? Oh, nee. Mama! Haben wir noch Curry King? Unten war eine Tür. Also hier ist es am lautesten. Hier ist es ultralaut. Aber hier ist nichts. Ich bin ein bisschen verwirrt. Weiß es jemand, wo man, was ich jetzt machen muss? Oder hier? Die Waschmaschine. Die Waschmaschine. Das ist schon geil. Aha. Warte mal die Wacken bitte. Let's have some fun. Find a vase in the basement. Play with it. Find a vase. Ich habe vorhin mal eine Vase gesehen, glaube ich, oder? Das Spiel ist Tattletail. Wenn ich das nach diesem Viech in meiner Hand benutze. Ich weiß, wenn du mal deine Backen hältst. Also auch ganz entspannt. Ich habe auf jeden Fall schon... Habe ich nicht eben sowas... Ja. Das ist doch eine Vase. Oder was ist eine Vase? Kleiner, nerviger Furby hier ist halt wirklich so. Mit Vase ist auch Vase gemein. Aber vor allem... A vase to play with. Find a vase to play with. Let's play a game. Ah, guck mal hier. No light? Uh... Task? Oh no. No. Ich habe mich nicht erschrocken. Battletail, that's me. VrapTailTail, back up. Ja. Back to bed. Ja. Mamas. Go to bed. Wir shaken uns hier richtig an ab. Immerhin sehen wir jetzt mit der scheiß Lampe. Hä? Richtig einfach Penn. Richtig einfach Penn. Ich habe das Klopf nicht gehört. Das ist wie bei mir zu Hause. Wenn es bei mir zu Hause klingelt oder klopft und ich weiß nicht, dass jemand kommt, dann gehe ich nicht ran. Dann gehe ich einfach nicht ran. Mach ich nicht. Juckt mich dann auch nicht. Hey Mutzel. Ich habe es ein Flashlight. Okay. Ich nehme das. Ich nehme das Anfeind. Oh, Eier! Oh, Eier! Dead Beetle, Roten Krähen, Floss Earring, Dead Beetle, Roten Krähen, Floss Earring, Dead Beetle, Roten Krähen, Floss Earring, The children thought that Mama would never find them as long as she couldn't see them. Turn the page. But Mama could still hear the children. The pitter-patter of their little feet led Mama right to them. Turn the page. Then Mama found the children, every last one, and put them right back to bed. Mama is still out of the park. The pitter-patter of the children. The pitter-patter of the children. What a pitter-patter of the children. Bring Telltale to Mama? Du sollst mal den Schnabel halten. Wo ist denn, Mutti? Ich bin eigentlich geübt da mit der linken Hand. Naja. Ach zu seiner Mutter, ach zu das Ding im Keller. Mutti weg. Aber sie hat ein Ei gelegt. Ketchup. Okay, jetzt müssen wir den wieder einpacken. Wieso müssen wir den immer wieder einpacken? War jetzt das nicht oben? Nee. Hey, MP0, was geht? So. Clean up Telltale's mess. Oben, oder was? Ja, muss ja. Da kommt auf einmal die Mama von dem Ding. Ja, vielleicht hatte man sich das vorher schon mal gewünscht oder so. Schalala, Mama makes a grinding noise. Schalala, Mama makes a grinding noise. Wuhuuhu. 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 Ich seh halt nicht. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich richtig Gänsehaut, ne? Das Problem ist, ich hasse Dunkelheit wie die Pest. Boah, nee. Ich hasse halt so Dunkelheit wie die Pest, ne? Ich schlafe ja jede Nacht mit Licht. Oh, nee. Das geht gar nicht. Mama only attacks when you make noise. Wieso will sie mich angreifen? Vor allem, wie oft gehe ich denn pennen? Ich bin nur nachts wach. Ich bin nur nachts wach. Keine mit Nachtlicht. Ja, tatsächlich. Ich bin nur nachts. Wauww. Wauww. Me, Hattle tail. Me, Loove you. Me, Loove you. Me, Loove you. Tattletail, that's me. Oh, die haben... die haben einen Freund gefunden. Grab Dittletail. Aber dann ist der gelbe Sauer, oder? Ich schaue mir nochmal richtig einen ab hier. Hide and see, touch the friend to start the game? Oh, nee. Oh, muss man. so ich habe dich Warte mal, wir müssen mal hier wieder pürsten. Touch your friend to start the game. Ja, erstmal feeden. Und Batterien aufladen machen wir auch nochmal schnell. Drummer Moor, danke dir. Kann ich nochmal feeden und so? Dass die mal einmal full haben. Ich weiß auch nicht, warum das so ein Ding ist. Warum ist das so ein Ding in dem Spiel? Eine Minute. Hör auf. Oh, was war das denn? Ei, ei, ei. Oh, oh. Halt den Bubble. Ah! Oh, oh. Mama ist nach dir. Oh, Dunkelheit ist einfach nicht mein Freund. Oh, Junge, ey. Holy Scheiße. Boah, halt doch die Backen, ey. Give me a treat. Give me a treat. Vor allem, du warst doch eben vollgefressen bis zum Ende. Danke an Dara Elo und an... Wer war da eben noch? Ja, danke auf jeden Fall, Dara Elo. Und Vasily. Wie sexy mit den Haaren. Ja, kannst du mal sehen. Nur für dich, mein Schatz, Vasily. Oh, Junge, Junge, Junge. Nee, nee, nee. Ich geh nochmal eben Batterien auffüllen. Hehehe, nee, nee. Und bei Helios, müsste das Ding nicht aussehen? Eigentlich schlau. Aber wie schnell der auch schon wieder Hunger hat, der kleine Wichser. Oder ist das, wenn ich sprinte? Der hat mich doch eben komplett vollgefressen. Das geht echt schnell, ne? Jetzt reicht's auch. Oh nein! Mann, warum? Ich will das nicht. Das ist voll anstrengend. Oh mein Gott. Hi Mama. In the bedroom. Okay, bye bye. Komm sagt er das. Schimm mal bitte, schimm mal. Boah, das ist so stressig, Alter. Halt die Schnauze, du kackt hier. Diese Kackmutter, ey. Die geht mir so auf den Sack. Hi Mama, in the bedroom. Okay, bye bye. Mama is coming. Oh, die Schnauze. Man, das kann nicht wahr sein. No peeking. Hi Mama, in the bedroom. Okay, bye bye. Halt die Fresse. Wie lange kann das anderthalb Minuten sein, ey? Dieses Heidenziki geht mir richtig auf den Piss, ey. Gar kein Bock mehr darauf. Oh, die Schnauze. 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 Oh, Gott sei Dank, wir müssen es nicht nochmal machen, ey. To your bedroom TV. Oh, die Schnauze. Was ist das für ein kranker Scheiß? Er ist komplett dumm. Er ist komplett dumm. Wir überraschen ihn nochmal eben und dann feeden wir ihn nochmal, oder? Sieht nach nem Kirby aus, ne, so nem Kirby, Digga. Haben wir jetzt eh nicht durchgeschafft? Können wir das Spiel jetzt ausmachen? Ach so, jetzt gibt's hier Camps. Wo ist das? Irgendwo sind Eier? Blink. Family. Ex. Warum will uns diese Mutter aber die ganze Zeit angreifen? Freunde? Oh mein Gott. Irgendwann sind so 10 davon im Haus, oder was? Produkt? Play. Oh mein Gott. 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 dance mama scary christmas eve was ist denn hier los wie Ich kann auch Ich komme nicht ins Basement. Ich komme nicht ins Basement. Hä? Ich komme mit dir mit dir. Ein, ein. Ja! find a friend by the christmas tree come to mama mutti verpis dich als ob die da immer noch steht die scheiß mutter also sowas spiel ich nie wieder das macht mir aber gar keinen spaß das ist einfach nur folter was auch immer gamma ist habe ich noch nicht gespielt ich muss die halt schütteln damit die leuchtet das spielt so komisch alter die 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 ich krieg keinen strom mehr auf meine lampe ich glaube da noch mal einer drin ist die 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 sie die 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 dann ist ich das noch mal machen ja also wenn ihr aus zu bezeichnen und das auf dem freitag ich will wochenende ich will saufen ich will party machen ich will hier nicht mit scheiß kuscheltieren spielen das geht nicht wie du siehst Spiel mir das hier. So, das heißt, wir müssen hoch. Kann ich nicht hier die Tür aufmachen? Auf komplett schlau. Nein. Schade. Sing uns das Mausi-Lied. Was ist denn ein Mausi-Lied? Dass das Licht so komplett ausgeht, das tiltet mich so sehr. Ich sehe halt auch einfach nichts. Ich muss jetzt den Weg hier so ein bisschen erahnen. Okay, ich bin völlig falsch gelaufen. Hey, Biene. Was soll man einstellen können? Kommt, Mama. Nö. We love playtime with you. You're in big trouble. Mama hates you. Mama ist nach dir. Wehe, die sitzt da jetzt immer noch. Ich muss ja hier lang. Ich habe ja keine Chance. Jetzt schaffen wir es. Okay. Ich muss noch einen holen. Quicksave. Kann man nicht, oder? Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Ah, just Breitness. Wir machen es einmal ein bisschen breiter. Aber nur ein bisschen. Continue the party. Wehe, ich muss noch vorne anfangen. & W嘿, ich muss noch против sein. W ei, ich habe schon. W om ich euch chipscom uste mit dem fahren. Ver Bringt ihr die Auße-Ausbr�? WAKE-warming. WAA liberst du den auf zusßen. Bechtel auch weiter. Dziękuję. WAA crackers Karlsson. Warum? Da sterbe ich lieber zehnmal hintereinander auf Labs. Das ist halt wirklich so. Warum ist das denn jetzt weggegeben? Ich wollte doch nur die Option! Mehr, mehr! Boah, die stand da quasi einen Zentimeter neben mir, ne? Na gut, immerhin haben wir es jetzt hier first try geschafft. Holy shit! Ich... Garage ist auch da oben. Ne, hä? Stimmt, das war ja... Wahrscheinlich ist da hinten jetzt auf. Oh mein Gott, jetzt muss ich... Oder kann ich hier rum? Mama ist kommin! ... 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 tief leid vor allem stelle vor du bist jetzt in dieser situation ich habe vor du hast jetzt kriegst du mit kinder hast dieses spiel gespielt und dann auf einmal so ein kind so eine scheiß sprechende puppe haben und das ist auch noch gar ich habe schon gesehen Warum spielen wir das? Warum spielen wir das? Warum spielen wir das? Ja, natürlich. Ach du Scheiße. Was ist denn die denn? WTF? WTF? Du wirst doch geschädigt fürs Leben nach dem Spiel sein. No more Mama. Rewind the VHS. No more Mama. No more Mama. Wir verbrennen sie. Oder was. No more Mama. No more Mama. No more Mama. No more Mama. Mama stole the candles. Find them. Du blöde Mutter ey. No more Mama. No more Mama. No more Mama. No more Mama. Okay, eine haben wir. Drei. Mit der hier haben wir drei. Oh, Mutter. Ja, ist ja in Ordnung. Jetzt zerpiss dich. Da war keine drin. Ich kotze mich selber an. Vier. Da war keine drin. Ja, ich kotze mich selber an. Junge, ey Camp doch nicht Was camp die scheiß Mutter Die camp mich Ich kann hier nicht raus Ich krieg gleich ne Headshot von der Jo, alles klar, ciao Hä, wie soll ich hier rauskommen Junge, die camp mich so weg Was soll ich machen mit dieser Mutter Die camp mich richtig weg Die komm hier nicht raus Die hat mich richtig reingetrappt Ja, hä Hä, Digga, wie soll ich hier rauskommen Es gibt nicht Ich sehe die wieder hier Oh, come on Mir ist das anstrengend Wieso ist denn diese letzte Kerze nirgendwo drin Ich kotze mich selber Hä, wo soll die sein Es ist eh schon Jo, alles klar Wehe Wehe Ich steh ins Alli Wenn ihr mich jetzt kriegt Wenn ich jetzt hier nicht rauskomme Machen wir aus Was soll ich machen Was soll ich machen Jetzt ist sie weg Oder Und jetzt muss ich alles von vorne machen Sie war eben hinter mir Sie war eben hinter mir Oh, Mann, ey Wunderbar, mand ich mich Entrance No, more Mama No more Mama No, more Mama sind das immer die gleichen dann dürfte jetzt hier auch keine drin sein ist mir jetzt egal das ist jetzt die Fresse ich habe Bock mehr auf dich aber dann ist sie hier auch nicht hier war noch eine war hier noch eine und eine war im Innenraum oder? oh oh was ist das? banish mama destroy the tape oh wenn wir das also ich habe jetzt schon ein paar Horrorspiele gespielt und meistens ist es einfach nur so oh ich habe Angst aber das war einfach nur psychisch anstrengend gerade das war wirklich einfach nur mental richtig anstrengend das hat richtig Energie gezogen mir, im Körper, aus meiner Seele kriege ich nicht zurück holy shit ey holy shit die Geschenke vor Weihnachten öffnen Digga, wenn ich jemals sowas geschenkt bekomme sowas so eine sprechende Puppe schmeiße ich sofort weg zehn Jahre gealtert zehn Jahre gealtert aber wirklich die Spiele von dir spielen hat J.L.A. ja nicht gebastelt das Spiel was kommt jetzt noch es geht noch weiter aber es ist endlich mal es ist tags wahrscheinlich kriegen wir jetzt eine Mama geschenkt, oder? stimmt an dem Tag da ist eine Mutter drin da ist 100 pro eine Mutter drin was soll das? ich konnte übrigens nichts mehr machen aber das war's wir haben es durchgespielt du unlockt das Kaleidoskop access the new chapter from the main menu ja, ob ich da jetzt Bock drauf hab I don't know ich hab das einfach ich hab was ich hab es